Spinnenfang 10 und eine Seidendrüse naja nicht viel aber etwas jetzt muss ich mich mal kurz in dieser komischen höhle hier zurecht finden in der es auch wieder ziemlich schön aussieht hier unten am ufer und wir spiegeln uns leider nicht im wasser oder wir stehen wahrscheinlich nicht so dass es sich spiegeln dass wir uns spiegeln können wer ist dieser knochenkopf jetzt hier der klingt ja fast genauso wie der andere wer seid ihr hier oben steht aber was anderes wenn du mir dienst werde ich dich reichen ich habe die macht der jeden deine wünsche zu erfüllen widersetzt du dich jedoch werde ich dich vernichten na der ist mir auch nicht ganz geheuer na der wird dasselbe wie der andere bietet uns also eine belohnung an man muss wohl nicht gerade ein fuchs zum vater haben da misstrauisch zu werden das ist natürlich persönliche meinung ja da hat koano recht eitriger krötenschemel und wieder und wieder feuer fliegen seltsames kraut erhalten okay wir haben es hier definitiv mit einem zu tun der eine gespaltene persönlichkeit hat wie auch immer man das nochmal im fachjargon sagt aber trotzdem wir sollten auf der hut sein äh ach da Ein Riesenskorpion? Nur einer? Okay, ich sollte den Mund halten. Nein, ich will Aquano nicht auf das Ziel stellen. Ich will den die Waus wählen. Pfeires Heimat, die Vergiftung von Vorkrim. Okay, jetzt auch noch ein Skorpion. Was kommt als nächstes? So, eigenartige Beere. Ein Skorpionstachel. Wer hätte das erwartet? Hm. Ja, ich schwelge hier ein bisschen in dieser Atmosphäre. Also die Höhle hier, abgesehen von dem komischen Quest, gefällt mir doch sehr gut. Und eine Riesenkrabbe. Eine Riesenkrabbe ist ein Wasserwesen. Ein sonderbares Blatt haben wir erhalten. Okay. Pfeires, mach mal die. Guck mal, was die Riesenkrabbe noch bei sich hat. Riesenkrabbe scheren. Okay. Dann ist das hier der nächste Weg. Bin mal gespannt, weil wir alle kommen. Ach, Riesenhirschkäfer und ein großer Waldschröter. Alle auf den Schröter. Na, Frau Grimm stelle ich mal hier hin. Und mach einen Befreiungsschlag. Der hat fast nix gebracht. Äh, geil. Äh, Pfeires... Kranu heilen. Wollen wir mal ordentlich draufhauen. So, zwei sind noch übrig. Kranu Sternenwurf. So. Pfeires mal wieder keine Munition. Zudrück haben wir ihr genug gemacht. So, war das jetzt die letzte... Ja. Höhle. Halte ein. Solange sich dieser erwerbliche Existence zurückgezogen hat. Ich muss mit dir sprechen. Du schon wieder? Der Aufblick, der Entscheiben ist gekommen. Der Atme ist wach. Ich habe Kraft, dich reich zu belohnen. Gib mir die Komponenten. Äh, nö. Auf keinen Fall. Jemanden wie euch helfe ich nicht. Dann werde ich nicht zerfrettern. Dich und den Schreckling. Niemand hält mich auf. Ich... Transversalist. Und wieder teleportiert er sich weg. Okay, dann ab in die Mitte. Äh, wie komme ich in die Mitte? Äh, gehen wir von hier aus nochmal rum. Vielleicht kommen wir von hier aus. Ja, das sieht gut aus. Da ist die Mitte. Oder? Notizbuch des Schwarzmagiers. Er wird damit nicht durchkommen. Ich werde ihn aufreiten. Was steht denn hier drin? Äh, okay. Das ist etwas zu lesen. Endliche Sünde. Die Mutter der Mysterien sei gepriesen. Nach jahrelangem Forschung bin ich nun sicher. Die Formel, die mir in die Hände fiel, muss das Geheimnis der verhüllten Meister sein. Die endlosen Entbehrungen werden nun endlich belohnt. Sich vom schwachen Werke und Vergänglichen zu trennen. In der Ewigkeit aufzugehen, das ist der Weg zur Unsterblichkeit. Also, sowas wie ein Licht. Es ist nicht überraschend, dass dieses Ritual im Dunkeln des Vergessens anheimgefallen ist. Ich musste ganz Abiturien bereisen, um die notwendigen Grenzen zu finden. Ich war in Al-Anfa, im Vierundsland, auf Maraskan, oh, das kenne ich, im Bornland und sogar in der Wüste kommen. Nach unglaublichen Stabpassen habe ich dort die Essenzen des Lebens, des Todes, des Rauches, des Rausches, der Erneuerung und der Betäubung ausfindig gemacht. Eine Aufgabe, dass selbst die mächtigen Magier auf die Probe stellen würde. Aber ich habe es geschafft. Das Wichtigste ist aber, das Geheimnis dieser Steinkreise, das nur ich alleine kenne. Er ist zweifach ein dualer Zirkel. Nur an einem solchen Ort ist die Verschiebung der Sphäre möglich. Heikel ist nur der Zeitpunkt, während dem die Riten verzogen werden. Es darf absolut keine Störung geben. Um sicher zu werden, habe ich den oberen Kreis mit Pfeilen abgesichert. Hier sind es, sei Dank, verirren sich diese einfältigen Zünder so selten hierher, bis der Junge kam. Nur ich muss nur noch der Form erschließen, in welcher Reihenfolge die ganzen Komponenten, wie das auf die 5 Steine angeordnet werden müssen. Man beginnt auf jeden Fall mit dem mächtigsten und größten Stein im nördlichen und vorhin erlindet den Kreis dann in einer Rechtsdrehung. Wenn ich das alte Pergament richtig übersetzt habe, leitet sich die Abfolge aus folgenden Bedingungen her. Übersetzung. Tod und Leben sind am weitesten auseinander und doch ganz nah. Keiner von beiden ist Nachbar zur Blüte aus Maraskan. Die Bräere bringt Erneuerung, doch Bären wachsen nicht in der Wüste kommen. Rausch kommt aus Al-Anfa, auf Rausch folgt Betäubung. Diese stammt aus Maraskan. Die Knolle bringt den Tod, das Blatsch wendet Leben. Das Leben entspringt dem Fiehuppensland, dieses folgt auf das Bornland. Ich habe endlich die korrekte Reihenfolge der Ingrigenzen ermitteln können. An erster Stelle am nördlichen Stein liegt der Tod, gefolgt von. Hier wurde ein Eintrag mit willenen Strichen unleserlich gestaltet und eine Hand und dies eingefügt. Nein, so darf das Ritual nicht beendet werden. Stattdessen müssen wir. Hier wurde wiederum ein Eintrag ausgelischt und eine Hand und dies eingefügt. Das war knapp beinahe, das war knapp beinahe, hätte er alles zunichte gemacht. Ich habe sicherheitshalber die Ingrigenzen in der Höhle verteilt, bis ich ihn endgültig außergewicht setzen kann. Doch zunächst muss ich die Reihenfolge der Zutaten wieder rekonstruieren. Vorher muss ich mich jedoch um etwas anderes kümmern. Ich spürte einen Luftzug, bevor ich einen einzigen Zugang zur Höhle vor siegelten habe. Jemand ist hier eingedrungen. Okay. Das waren dann wohl wir. Ich habe das Ritual genau analysiert. Es unterliegt den normalen Regeln der Metamagie. Die nicht-gilden-magischen Komponenten dieses Zauberes, insbesondere dieser eigentümliche Steinkreis, erfordern allerdings eine besondere Beachtung. Seine duale Natur wirkt wie ein Spiegel auf die Arkanen Ströme und ist in der Lage, sie beliebig zu reflektieren. Daraus ergibt sich ein womögliches Problem, das mir Unbehagen bereitet. Das Ritual könnte umgekehrt werden, wenn... Hier wurde eine Seite aus dem Buch herausgerissen, darauf folgt eine Notiz. Dieser verfluchte Schwächling, er versucht doch tatsächlich, mich aufzuhalten. Ich habe zur Sicherheit die Notiz aus dem Buch gerissen und an mich genommen, in der Hoffnung, dass er sie nicht findet und mich so bei meinen Plänen stören könnte. Äh, also gut. Reden wir mal. Ja, habe ich alle. Äh. Das Ritual wird verzogen, so wie es beflossen war. Hätte ich nicht auf dich und gar nicht nachgehört, ich wäre längst am Ziel. Toll. Wie er irgendwann nicht totbringende Fallen auslegen soll, uns Ritual wäre nie gestört worden. Nur in einer Schwäche lief uns zurück. Toll. Gebt mir die Komponenten. Ich werde es jetzt meinen. Nein, ich werde... will ich aufhalten. Ihr, bitte, platziert die Komponenten für mich. Die Reihenfolge ist das Buch. Ihr müsst dem Buch nachsehen. Aber ihr müsst es verändern. Der Zettel. Hier in meiner Tasche. Ihr müsst... Hör nicht auf, ihr da. Platziere die Komponenten. Benütz das Buch. Vollziehe das Ritual. Äh, jetzt sieht man mich hier stehen. Ich werde so lange dafür sorgen, dass diese Hatsin in der Präsent das Ritual nicht mehr stören kann. Äh. Toll. Wende das Ritual. Ja. Okay, erst einmal Cuano, Taschendiebstahl. Werde das Reversales. Ich habe in der Tasche des Schwarzmaieres einen Zell gefunden, der da auf jeden Fall weiß, dass das Ritual sich umkehrend ist. Dazu muss ich nur die angedachte Reihenfolge der Komponenten umkehren. Und diese Umkehrung dürfte ganz im Sinne des lebendigen Zauberers sein. Und im Nuttels Sinne auch. Ist es wohl auch. Das ist die Notiz, oder? Wenn man die gleichen Prinzipien wie beim Reversales zugrunde legt, da die magische Energie beliebig gebrochen und umgeleitet werden können, kann auch die Wirkung des Rituals aufgehoben werden, indem man die Komponenten in eine umgekehrte Reihenfolge anordnet. Also beginnend mit dem Leben am nördlichsten Stein. Was haben wir denn hier alles? Eine wirklich seltsame Knolle? Okay. Gut. Gucken wir nochmal hier rein.